Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir mal Copa Iba. Das kommt aus dem Amazonas, das Öl. Und zwar wird es aus dem Kopalbaum gewonnen. Und für die Ponys benutze ich das auch ab und zu. Es ist nämlich super bei Insektenstichen oder bei Hautirritationen. Da kann man einfach ein bisschen drauf machen und dann beruhigt sich die Haut ganz schnell wieder oder nimmt den Juckreiz. Es ist auch ein sehr spirituelles Öl. Es ist ähnlich wie Weihrauch. Es riecht auch ähnlich wie Weihrauch, nur ist es viel zarter, viel sanfter. Aber man kann es genauso super für spirituelle Anwendungen benutzen. Es bringt einen im Balance, bringt einen wieder in die Mitte und hat einen wirklich sehr ausgleichenden, beruhigenden Effekt. Man kann es auch wunderbar bei Tieren einsetzen oder bei kleinen Kindern, weil die können das auch bedenkenlos ablecken und es ist total ungefährlich. Da passiert gar nichts. Bei meinen Hunden ist es sogar so, dass die da total drauf gefahren. Wenn ich da einen Tropfen in die Hand mache, dem Letzten hat mein Kleiner, der auch wie eine Ohrenentzündung gehabt, dann habe ich das Ohr damit eingerieben und hat das sogar direkt von der Hand abgeleckt. Der fand das ganz klasse. Und man hat ja dann immer ein gutes Gefühl, auch wenn man weiß, da passiert nichts. Auch bei den Ponys, wenn die jetzt einen Stich oder eine Schramme haben, dann verteile ich das in Händen und fahre dann einfach drüber und es beruhigt die Haut, nimmt den Juckreiz. Und es passiert ja ständig mal, dass die sich irgendwo entlang schrammen oder eine Verletzung haben. Und da ist das immer ganz von Vorteil, wenn man dann so ein Öl zur Hand hat. Ja, du kannst es auch wunderbar nehmen zum Runterfahren. Es ist auch in der Mischung Stress Away mit drin. Die ist nochmal intensiver, da ist dann auch noch Vanille mit dabei und Limette und so. Aber Copaiba ist eben auch ein Bestandteil, weil es diesen beruhigenden, ausgleichenden Effekt hat. Es ist ein ganz tolles Öl. Ich finde, es riecht auch schon so nach Amazonas, nach Regenwald. Es hat so etwas Exotisches, Geheimnisvolles. Probier es mal aus. Lass dich überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß damit. Ciao. Ciao.